hallo herzlich willkommen wieder zu einem neuen video ich habe die aufnahme zu spät gestartet mal wieder und wir sind mit erko boy am start headshot ich hab ihn ich hab nen hit wir sind hier im park gelandet erko boy ist mal wieder ja schön versuch mir irgendwie so mit challenge oder wir machen die einen hausflug challenge gekommen ist der lichthalter vom badezimmer außerhalb des badezimmers anzubringen hast du keine geschwister hast keine freunde hast du hast du keine cousins ich fett am knödel kein problem sitzt auf der toilette türst du licht an mein bruder kommt oder mein cousin kommt licht aus an aus an aus voll am abfacken ich kann nicht in ruhe kacken bin richtig im stress weil das lichtiger seit einem ausgeht und du bist ein blödkopf weil du eine scheiß erfüllen was ist das für eine fünfte mann ist das deine freundin ja ich weiß ja dass mittagsschlaf ja ich habe hier keine waffe genommen ich bin in dem haus ich habe das aber ich habe dies einzig benzin kann ist dann gezündet so ein ganzer haus sag mal schluss und nehmen muss es nicht es ist so schlichte Waffen mein Haus so schlicht und man noch schlechter ja ich hab mir erwarten ich hab nur zwei Waffen genau ich auch gemacht ist auch genau zwei Waffen aber das weiß ich nicht schlechte Waffen aber wie wichtig ich hab hier diese Armbrust ich hab die Armbrust und nur glücklich haben oh mein Gott als ob du die Armbrust hast 1 Uhr sie gab es vorher auch ja ich glaube ich habe ich hatte nur einmal oder zweimal die Armbrust alter dies voll krass ich bin hier noch auf meinem Haus okay dann ja okay wir sind schon ich schreibe gerade auf dich höchst nicht mit der Armbrust versuche ich was sie machen oh du hättest mich getroffen oh die Pistel oh hier ist so ne Pistel ich hab so ne graue ne Pistel Pistel ne Pistel kann man auch Skifahren na schön oh hier ist noch in meinem 10-Kanister so viele ganze Zeit ja guck ich hab nicht gereiht als vor meinem 10-Kanister ja schön aber ich kann auch selber wegkriegen ey na egal dafür bist du jetzt hin wo warst du das ey ne ey ich hab Schaden gekriegt jetzt ballern die auf mich mit dem Ding diese irrenlosen ich fahr jetzt schau ne ey nein warte da hinten ist noch ein Lambo oh nein der ist ein Gegner da ist ein Gegner ja ich muss mich kurz hier ich muss kurz ich hab den ich hab den ich hab den ja ich lau einfach mal kann ich den Controller kaufen ja bei Mediamarkt wie viel kostet der warte ich weiß nicht genau egal ich kann nur laufen 70 Euro ja ich hab so ein wenig in den Straf ja die Wanden runtergesetzt der kommt hier ist der Paddle hier ist ein Band ich hab den ja ich hab eh wenig ich hab den ganze Zeit Headshot gegeben oh mein Gott hier ist noch eine Armbrust du darfst die nicht oh man ich liebe Armbrust diese Armbrust jetzt ist es so gut ne ja bei Nahkampf geschont sowieso bei Weitkampf hier Weitkampf man kann nur mit Rieskitz halten du fährst Lager früher ich hatte wenig Leben darf man nicht ey juck oh das war das Team oder so ist sie mit ne dass ich dich mehr da hinten ist ein Gegner ich mein von dem anderen mein ich ich komm mit Armbrust wir spielen Duo geht nicht da hinten sind zwei ein Duo da hinten oh die kommen direkt auf mich die kommen direkt auf mich zu die kommen direkt auf mich zu die kommen direkt auf mich zu 68er 68er ist dauernd die kommt direkt auf mich zu darin da toll wo sind die ich rette dich hey ich ich geb den noch in den ey wo ist der andere oh der andere lebt noch was hast du gemacht ich dachte er lebt nicht ich hab ihn nur ein Hit gegeben was hat nur ein Hit der aber mit der Armbrust 68er es ist keine Waffen nehmen ist die oh hier die haben so viele Waffen oh die haben so krasse Waffen oh ja ich nehme die die so gerne aufheben hier brauchst Medikid ich nehme erstmal Minis oh krass ist noch ein Medikid da hinten ballern die wieder ich hab die gefunden Minis da hinten geht's ab ach keine Ahnung in der Richtung mein ich das ist was oh nein oh nein hier sind Granaten die die Schöpfung an schützen ok nochmal Granaten tschüss gut dass wir nochmal gegner die holen wir wo sind die holen wir daher ganz hinten bei mir irgendwo ne oh nein der hat noch ganz wenig hat was denn ok der explodiert gleich ich hab keinen Bock wieder wieder down zu gehen auf dem Auto ok ich hab ich hab die ein Team oh nein die sind voll gut die sind voll gut Sammy Sammy pass auf die sind voll gut die sind voll gut die sind voll gut von hinten oh ich hatte den so oh ich hatte den so der hat nur der ist one shot locker one shot oder so wenn er sich pass auf der heilt sich sonst du hast muss sie kriegen du kriegst den der eine ist one shot ungefähr nein oh die waren so gut die hatten so gute Waffen oh du darfst dir einfach von ein Haus looten sorry ne du darfst dir einfach von ein Haus ok was ist mit dem Video ja das war es mit dem Video der ist da wieder nicht geschafft sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut yeah genau natürlich deutsche memes die